unser nächster pick ist peter michoel vom lsk aus der österreichischen bundesliga 26 jahre mittelfeldspieler wir sehen 11 46 und 90 prozent der kann wirklich was ist aber hier mit 32 bei 11 5 und vor allem 60 prozent sehr sehr klar unterm wert aktuell und wir sehen österreichische liga geht jetzt wieder los mitte februar das heißt wir werden hier sowieso einen preistrend nach oben sehen bis zum saisonstart und er ist jetzt hier noch wie wir hier sehen ausschläge nach unten er ist denke ich mal schon noch relativ günstig zu haben wenn wir uns die scores mal anschauen hatte hier definitiv seine probleme gegen ende der hinrunde aber er hat halt hier einfach immer mal seine vorbereitungen und buden gemacht also vom schnitt her ist es wirklich ein top mann der auch wieder zurückkommen soll und wir sehen hier gegen klagenfurt sind sie klarer favorit am 13 februar und dann auch auswärts gegen admira auch klarer favorit das heißt ja der hat wirklich nur noch luft nach oben ist aber eher ein längerfristiger pick